In der Bildkompositionsfolge zur Rule of Thirds gab es ein paar Verwirrungen, was denn nun die Rule of Thirds und was der goldene Schnitt ist und was die eigentlich miteinander zu tun haben. Denn in der Rule of Thirds legt man die Linien, auf denen man die Objekte in seinem Bild platziert, auf die Drittel, also auf ein Verhältnis von 2 zu 1. Das Verhältnis des goldenen Schnitts ist aber, wenn man es ganz präzise nimmt, eben nicht 2 zu 1, sondern Phi zu 1. Phi ist tatsächlich ganz genauso wie Pi auch eine unendliche Zahl und zwar 1,61833988. Diese seltsame Zahl leitet sich ab von der Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge startet mit den Zahlen 1 und 1 und dann werden immer die beiden vorherigen Folgeglieder aufaddiert, das heißt 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter und so fort. Und wenn wir in dieser Fibonacci-Reihe jetzt immer das Verhältnis zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zahlen nehmen, dann konvergiert dieses Verhältnis nach oben in die Unendlichkeit eben zu Phi. Und Dinge, die nach dieser Fibonacci-Folge aufgebaut sind, beziehungsweise eben nach dem Verhältnis des goldenen Schnitts, können wir in der Natur ganz, ganz oft finden, zum Beispiel in den Proportionen von Gesichtern. Und empfinden wir Menschen als schön, als vollkommen, als perfekt.